Herzlich willkommen im Laufbahnzentrum der Stadt Zürich. Wir sind ein unabhängiges Kompetenzzentrum für alle Fragen zu Laufbahn, Beruf und Karriere. Unsere über 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bieten Entscheidungshilfen, wenn es um die Gestaltung ihrer Berufslaufbahn geht. In der Laufbahnberatung und im Coaching klären wir persönliche Stärken und Interessen, auf Wunsch auch mit Tests, und zeigen berufliche Perspektiven auf. Alle Berater und Beraterinnen sind hochqualifiziert und verfügen über psychologisch fundiertes Fachwissen und über umfangreiche Kenntnisse der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir beraten und begleiten auch Unternehmen bei der betrieblichen Ausbildung und Personalentwicklung. Nebst der persönlichen Beratung gibt es Laufbahnseminare, wo aktuelle Themen wie berufliche Standortbestimmung, Selbstmanagement oder erfolgreich bewerben vertieft behandelt werden. Das Berufsinformationszentrum BITZ stellt aktuelle und umfangreiche Informationen zu allen Aus- und Weiterbildungen zur Verfügung. Fachleute helfen bei der Klärung ihrer Fragen zu Schule, Beruf und Weiterbildung. Der Besuch in BITZ ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Ab der zweiten Sekundarschule unterstützen wir die Jugendlichen aus der Stadt Zürich intensiv bei der Berufswahl und Lehrstellensuche, mit Angeboten im Laufbahnzentrum und in der Schule. Die Dienstleistung ist kostenlos. Gemeinsam mit der Wirtschaft betreiben wir erfolgreich die Programme JobPlus und Berufslehrverbund, um Jugendlichen den Einstieg in den Beruf zu ermöglichen. Das Laufbahnzentrum Zürich hilft Ihnen, Ihre Laufbahnziele zu erreichen.